Und noch mal. Sag ich doch! Sag ich doch! Ich heiße Martha, mache im Umweltministerium internationale Energiepolitik. Und ich bin Ingenieur bei der Deutschen Bahn und kümmere mich dort um die technische Inspektion. Ich bin Psychologin und Logopädin. Und ich bin Oma und ich bin in der Musikkultur. Und ich bin in der Musikkultur. Also ich bin Ina. Ich heiße Jan. Und ich bin Kleber im Outdoor. Und ich arbeite für Konsequenzen. Ich bin Entwicklungsingenieur. Sag ich doch! Ich bin Vincent. Ich bin Komponist und Autor. Und Leiter des Hammerkau-Nikulas-Seelen. Und ich arbeite als Sozialwunscher. Ne, passt mal auf, ihr müsst das so spielen, also wirklich schwer. Und dann abspringen und dann ran. Ja, was denn? Ja, was denn? Ja, sehr schön. Ja, was denn?